Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Minekraft Skywars. Diese Folge mal ohne irgendein bestimmtes Thema, sondern einfach nur eine Folge. Besser, ja, oder anders gesagt, es gibt schon ein Thema, aber das ist jetzt nicht so ein krasses Thema, so wie, keine Ahnung, irgendwie irgendwas anderes. Kann man, kann man das so sagen? Ich, ich, ich sag's einfach so. Ähm, es ist, ja, ich sag's jetzt einfach frei raus, es ist ja eigentlich egal und nichts Schlimmes. Ähm, morgen kommt ein neues LOP, XD HD. Morgen kommt nämlich, ähm, startet, ähm, Fire Emblem. Ganz normal, ohne Zusatzbuchstaben, einfach das Fire Emblem. Ja, und das, das war's. Das ist alles, nichts mehr. Einfaches, startet morgen Fire Emblem. Das, das war's. Ihr könnt wieder gehen. Das finde ich jetzt aber ganz schön gemein, was du da mit dem anderen angestellt hast, ne? Bin ich ganz ehrlich zu dir, mein Freund? Also, das war, das war ganz schön asozial von dir. Ah, meine Nase, ey. Der ist schon da! Lol, wie kriegt der mich denn? Höhö! Ich hab die Kontrolle einfach verloren. Ich überlebe das. Scheiße. Wir sehen uns nächste Runde. Das hab ich euch wahrscheinlich auf die kürzeste Länge geschnitten, wie's geht. Ja. Ja, hab ich. Ja. Ja, hab ich. 15. Ich schwör 15 Jahre. Ich nehm an. So, ich mach das jetzt einfach, weil ich's lustig find. Sei schnell TeamSpeak. So. 6, 2, 1, 4. Gott. Hääääh! Oh, ha! Oh, ha! Okay. Hey und willkommen. In einer Runde. Minekraft Aura. Klassik. All right. Das ganze spielen wir. Einfach, weil ich Lust drauf habe. Und für mich ist momentan ein Tag vergangen. Seit der Bad Boss Runde. Weil ich nämlich pennen gegangen bin. Das ist so abgelaufen. Ich bin dann halt auf den TeamSpeak zu ihm gegangen. Und, ähm, ja. Da lief dann halt Musik, bei der ich mir zu 100% sicher bin, dass die Copyrighted ist. Deswegen hab ich da noch die Aufnahme abgebrochen. Und, ähm, die wollen, ach, ich wollt grad eben schon sagen, die wollen doch jetzt nicht ernsthaft Team, oder? Hey, na? Und, äh, dann hab ich halt die Aufnahme abgebrochen. Hey, das geht. Hey. Äh, dass ich da die Aufnahme hatte, hab ich halt dann abgebrochen. Und dann hab ich halt ein bisschen privat mit dem gezockt. Weil der war, der war echt nett. Der war cool. Den hab ich gemocht, Alter. Hey. Hummels, herauf. Runter mit dir. Ey, der fliegt nicht. Ja, nein. Wieso bekommt der denn kein Knockback manchmal? Oh Gott. Ey. Geh weg. Geh weg. Äh. Hallo. Hey, wie lang braucht der denn? Nein! Ich lass dich hier nicht mehr weg, Kumpel. Ist er tot? Das kann jetzt mein Tod bedeuten, deswegen nehm ich schon mal die Enderpearl in die Hand. Aber ich wollt... Was sind Pranks da? Alter. Fing ich halt mit. So. Hallo? Hey, na? Es geht. Ey. Geh weg. Äh. Dich krieg ich, Alter. Dich krieg ich. Hallo? Alter Junge, den krieg... So, und ähm, ja, dann hab ich halt privat mit dem gespielt, bis es halt noch viel später war. Und weil es dann extrem spät war, hab ich halt, äh, ja, dann bin ich halt schlafen gegangen. Bin ich halt pennen gegangen. Und, ähm, ja. Jetzt ist für mich der nächste Tag. Und... Jetzt nehm ich Aura auf, einfach nur, weil ich grad mal Lust drauf hab, ein bisschen Leute runter zu kloppen. Ach, hier. Sag mal, der muss doch so langsam mal sterben. Ich lass dich... Nein! Ja! Ah, geil. Okay, der erste Kill ist auf jeden Fall schon mal drin. Neun Spieler leben noch, die wir wegmachen können. Hoffen wir mal, dass wir das auch hinbekommen. So. Ey, Moment. Hallo, ja, da kam's alles raus, ey. Ich bin eventuell, wie man hören kann, ein wenig erkältet. So, gehen wir mal da rüber. Tschüss. So. Ja, ich bin, ich bin eventuell ein bisschen erkältet und... Ich denke, ich hab's schon erwähnt, aber ich erwähne's einfach noch einmal. Ähm, morgen fängt er schon an. Morgen kommt Fire Emblem. So, den holen wir uns. Hey, es geht. Ähm, da sollte morgen der nächste Part, der erste Part kommen. Dann hab ich zumindest mal vor. Ja, hallo, na. Bist du, bist du nett oder bist du böse? Ich glaube, er ist böse. Äh, äh. Oh, okay, na dann. Jetzt. Äh. Dämliches Scheißprogramm hier. Hallo bei Alex, na. Ja. Hä? Wieso hat denn der keinen Knockback bekommen? Oh Gott. Tschüss bei Alex. Boah. Ich will die Enderpearls viel zu selten... Ah. Viel zu selten benutzen. Mir ist langweilig. Dann komm und spiel nochmal. Ach Gott. So, da haben wir den einen. Zack, da sind es dann die zwei Kills. Loh. Loh. Zack. So, da haben wir den. Komm, den kriegen wir auch noch. Den kriegen wir auch noch. Shit. Bei Enderportal. Junge. Okay, jetzt stellt er sich da hin. So, dann fokussiere ich den. Na, ich hoffe, der hat Spaß. Ola. So einfach mach ich sie nicht, Freund. So kriegst du mich nicht, nein. So nicht. So, ist wird der nicht. Nilo, oder was? Ja, ich bin noch am Leben. Alter, dieser Just Smile läuft aber auch nur weg. Also, ich hab jetzt all meine Heil-Items weggeballert. Das ist nicht gut. Zumindest für mich nicht. Ich hab noch eine andere Idee, wie ich das machen kann. Ich geh in die Arena. So. Oder zumindest versuche ich den mal in die Arena zu ballern. Vielleicht funktioniert's. Wie hat der... Alter. Junge, meine Rüstung geht nur noch kaputt, ne? Ich hab mich wieder viel zu viel gekloppt. Und der kommt mir mit seiner Angel hier und geht mir total auf den Sack. Jetzt ist dieser Just Smile auch da. Ach, Alter, keine Chance. Ich muss jetzt irgendwie in die Arena kommen. So, okay. Wir kommen in ne Runde. Ach, Minecraft Skywars. Auf, ähm, einer Tollen-Map. So. Wo ist mein Teammate? Alter, ey, meine Nase ist so schlimm. Leute, könnt ihr mir das jemals verzeihen? Bitte. So. Dann sortier ich mir mal das Inventar. Zack, okay. Ehrlich gesagt, hab ich nicht wirklich so viel Lust in die Mitte zu gehen. Das ist mein Teammate, oder? Das ist mein Teammate. Schnell, ich muss ihm helfen. Tschüss. Okay. Mal gucken, ob hier noch irgendwas Schickes ist. Ja, okay, so viel dazu. Ich wollte gerade eben noch sagen, ey, wenn man gut springen kann, dann ist man doch eigentlich viel besser dran, wenn man da hochläuft. Ja, jetzt ist man. Total. Mich würde interessieren, ob auf den Inseln hier an dem Eck auch so Mitte-equipped ist. Ich glaube nämlich schon. Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt ist die Frage, ob die anderen da ein Team sind. Ich hoffe es einfach mal nicht. Hallo. Na. Kumpel, ich brauche mal kurz was zu essen. Nein. Geht doch weg. Oh, oder fliegt die Ender Pearl. Oh, oder fliegt die Ender Pearl. Nasty ist gestorben. Jawohl. Oh, oh, oh. Oh. Nein. Ich bin so behindert. Ja, okay, das ist ein Archer. Nein, tu's nicht. Oh. Freund. Lott. Ja. Ja. Jawohl. Ah. Nice. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Runde. So, hey, willkommen in der Runde. Wir spielen in einem Team mit so irgendeinem Billy. Alright. Ja. Das machen wir, weil das ja gerade eben eigentlich recht gut geklappt hat. So, wenn ich den Sprung verkacke. Oh, Alter. Kann es sein, dass auf dem Boot nicht mal eine Kiste ist? Hier, bitte. Das schenke ich dir. Schwert hätte ich aber gerne selbst. So, deswegen. Hallo. Hallo. So, dann mache ich mir mal ein schönes Schwert. Mann, ey. Ich habe so viele Quip abbekommen. Das ist ja unfassbar. Was für eine Farbe hat mein Name? Grün. Da, kannst du haben. Ne, Lila. Nee. Grau. Vor allem, ich glaube, du bist ein bisschen farbenblond. Kann es sein, dass du dich irgendwie ein bisschen dein eigenes Leben verwechselst. Ja. Das ist definitiv ein YouTuber. Leute. Der Typ, der hat es ist drauf. Schiss, du Verlierer. Ich hoffe, du hast Spaß in deinem zukünftigen Leben. Als ob, das überlebe ich doch nie. Tschüss. Ach, jawoll. So, und wie komme ich jetzt hier runter? Ach, komm. Nein. Scheiße, Alter. Ich will ihm seine Items. Bitte. Ey. 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 weg mit der ganzen Scheiße hier. Oh. Oh. So ist das Leben schön. Oh, der hat doch. Oh. Ja. So ist das geil. Es ist bloß die Sache, dass ich gar keine Lust habe, so wie ich den gerade runtergeklatscht habe, runtergeklatscht zu erden. Deswegen weiß ich nicht, ob der da jetzt auf einmal steht und mich runterquatschen will, habe ich. Ich habe kein, er hat keine Schneebälle mehr gehabt. Deswegen hat er mich also nicht runtergeschneeballt. Okay. Okay. Jetzt ist halt bloß die Frage, wo der letzte ist. Geil. Okay. Ach, nee. Geh weg. Also der hat sich aber ganz schön überschätzt, wenn ich ehrlich sein soll. Einfach so da reinzuspringen, ist ganz schön blöd. Also. Ui. So. Wenigstens, wenigstens ist er nett. GG. Okay. Leute. Das war's man mit diesem Part. Zwar recht mit Fails. Aber lustig. Deswegen würde ich sagen, äh, ja, das war's mit diesem Part zum x-ten Mal gefühlt, ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dann und ciao. row. Tableau. Okay.